Sonnabend, 24. April 2010, 7.30 Uhr, südlich von Magdeburg. Ich befinde mich gerade auf dem Weg in den Harz und habe vom Auto aus zufällig so eine seltsame meteorologische Erscheinung beobachtet. Ein langer schwarzer Strich oder dunkler Strich zieht sich quer über den Himmel. Bis vor kurzem ging er noch über den ganzen Himmel, aber jetzt nur noch über den halben. Habe ich vor einigen Jahren mal in Stendal gesehen, aber was das nun bedeuten soll, weiß ich auch nicht.